grüß dich zocki grüß euch alle youtube herzlich willkommen zurück hast du zeit für eine quest ich immer jetzt wird gequestet ich habe kaum noch sprit ja hier bei unsen okay warte wo seid ihr euer hunger aber ich muss kurz heim bevor wir quest musik gut sein mal lernen hier kurz mal ausräumen was ich so einhängen habe ich muss acht geben oder dieses verdammte geruch der mit der mit wow ist aber ganz heftig gewesen oh gott ob jetzt kommt ihr gerade nicht klar super wir haben da richtig fleißig die bilder das habe ich gelesen auf discord oder damit hat man das jetzt gesehen doch oder scheiße auch gott ja juckt nicht ist so ist passiert dank finster geworden hier so oft gleich muss ich wieder nehmen ich würde muss ich wieder ein paar sachen mitnehmen hier ich brauche ich gerade nicht 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 katana keine ahnung braucht es oh ja brauche ich nein brauche ich nicht und nicht ich habe ich gute zeugen jetzt so pass auf die munition das wollen wir nicht holz brauchen wir nicht das fleisch oder das fleisch gleich mal rein das brauche ich die kohle vielleicht tablettos tablettos hier haben wir genug tablettos verbänder super ein bisschen essen trinken habe ich jetzt nicht mit geben sie mir kurz eine sekunde ich muss mich vorbereiten das trinken jetzt sehen dann hier 15 mal so aufpassen wie ich hier raus geh nur ein paar unschauen okay noch mal quest geteilt aber ich komme habe ich sprit mit der habe ich natürlich nicht dann wird es kritisch hat dann lass mich noch mal kurz hoch und ich freue mich auf den boden gucken das ist ganz wichtig wie die nackten aufgehängt wo war denn jetzt sprit jetzt ist das hier immer ein bisschen mit das reicht wieso ich eigentlich das mit habe weiß ich nicht ich habe keine munition dafür so schön auf dem boden gucken wapsen eckeli so muss ich lang hier entlang wer kotzt hier wo trefft man sich dort oder wie schau mal aus ok alle sind hier ich mache die quest alleine dabei ok eh blödsinn logischerweise nicht was jetzt ah bibino das ist die dankstelle die du meinst ist kann das ist das eine tanke ja das könntest du gemeint haben noch nicht oder sie noch nicht bereit ok gut ich kann ja derweil ich kann ja derweil zu sehen fahren nix magst du mit womit mit 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 werden das jetzt geschaut achso eh lohnt ja ok wenn sie gleich hier sind dann brauche ich mich nicht zu stressen ich mal aber wir können dabei wenn wir dabei hier an hier ran und bisschen zerstücke mal das wo sich reparieren und die Ganz wichtig, Donnerbüchse ist geladen. So, essen müsste ich auch noch was. Nicht Rezepte, wow. Hello. I'm Zocki. Ohne Worte. Ups, der Sound spackt ein bisschen. Hallo, Kaffee wär geil. Ne, will ich auch nicht. Oh, so ein Energy Drink. Ein Monster oder so, wie er war und will sein. Mal gucken. Red Bull, Monster. Geilo, Laufgeschwindigkeit plus 50. Super. Ich werd zum Speedigon zahle sie. Ja, sowieso. Ah, hab ich vertippt. Tschüss, Servus. Ja, bitte. Ups. Da war noch wer, oder? Jo, was geht? Oh, der mit. Hektiger Balltyp. Hektiger Typ. Die brennen nicht mehr so geil. Das ist blöd. Ich bin gleich wieder voll hier. Oh, Munition ist nicht verkehrt. Nehmen wir auch mit. Äh, da will ich nix. Paper. Was hast du... Äh, nein. Du, Schäßing. 21 Uhr. Mama schimpft. Ich muss ins Bett. Was hast du gesagt? Pass auf mit der Donnerbüchse. Boom. Boom. Jetzt hab ich mir jetzt verdient, was da drin ist. Sind auch jede, die will ich nicht. Das nehm ich mit. Und die Munition. Aber kann ich? Ne, das geht glaube ich sicher nicht, oder? Verändern. So vollautomatisch Ding rein. Ne, aber ich kann die schwarz anpinseln. Dann sieht man die weiße Schrift aber nicht mehr. Dann würde ich es doch nicht schwarz anpinseln. Aber ich kann mein Wolf-Kar doch... Äh, wir haben... Es ist mir unauffällig hoch gefolgt. Dann los mit dem Ding. Bleiben Sie stehen. So, öffnen. Es ist nicht schwarz. Guten Tag. Hä? So ein Warnspieler hier. Unglaublich. Renn einfach an einen vorbei. Grüße nicht mal. Guck in jede Kiste ran. Was soll denn das? Oh, da ist ein Dickerchen. Ähm, ja. Okay, hi. Ah, wo ist die? Wie hoch kannst du springen? Heftig. Dickerchen, Achtung. Oh Gott, ich habe keine Munition. Was ist denn los mit mir? Hä? Wieso geht es mir so komisch? Ich kann mich kaum bewegen. Was ist denn da jetzt gewesen? Oh, das ist der Typ von Green Mile. Ja, boah. Oder? Ganz fahren. Ich gehe mich ab jetzt. Ich habe eine Stützung. Ich habe mich am Krieg bekommen. Ähm. Ich will mit meinem Golfkart direkt mal furzen gehen hier. Dammit! Okay, wo wollt's denn hier hinfliegen? Bringt doch nix, hier ist die Mission, oder? Check ich da wieder was oder nicht? Jetzt muss ich mal was essen. Guck, wir haben mal Küchen wieder nehmen. Juuu. So, I'm ready. So, den unwürdigen grünen Zombies. Easy! Oh dammit. Leute, das ist doch nicht so easy, ich muss nahe landen. Wieder helfen sie mich. In Gefahr! Und wie die Feuerwehr! Super, war kein Problem hier. Ich hab meinen Schraubenschlüssel vergessen. Ich kann von uns benutzen gehen hier. Vielleicht finde ich an. Neue Quest. Neue Quest. Nein! Was tust du mit dem Küken? Ist halt wieder jeder ein Küken in der Hand. Was? Ich geb's mir auch nen Küken. Warte kurz. Warum auch nen Küken? Äh, ist das einfach nur so? Weil das lustig ist, oder? Ich hab auch nen Küken. Ich hab auch nen Küken. Was sind die hier drin? Ach, hat noch keiner geguckt. Ich hab nen Schatz gefunden. Er trägt meinen Namen. Also, war alles ganz besonderer Schatz und so, ne? Jetzt würde ich auch nen Küken haben. Einfach nur so. Da war schon wer. Hier noch nicht. Oh, wie schnell die Abbahn. Tut, tut Otto weg. Ach, hier. Hol' ich mir jetzt nen Küken raus. Küken? Nein, nicht so rein. Oh, warte mal. Was ist denn hier drin? Hallo? Hallo? Hier ist Taki. Oh, damit. Hab' ich mich aber erschreckt ein bisschen. Ich gucke mich. Ich gucke zu. Schlaf. Gut. So. Warten wir eigentlich auf mich, oder? Können wir schon los? Hat sie schon weg? Los, ich möchte mitfliegen. Können wir mitfliegen? Hä? Hast du da nen Klaasland? Kriegen wir los? Oder nicht? Ich glaube, die looten alle hier noch fleißig. Aber die andere Mission wird mir gar nicht anzeigt. Kann das sein? Die andere Quest. Das ist hier. Da. Hier. Hier drüben ist was. Ganz nah bei mir. Wie viele Leute haben da Platz eigentlich? Das würde mich interessieren. Ist doch riesig. Vielleicht acht, hm? Sechs hinten, zwei vorne. Oder sind wir voll? Nee, nee. Geht noch. Alle drin jetzt? Nee. Robert ist woanders. Egal. Oh scheiße. Äh. Wie ist es? Orientierungslos bin ich. Bin ich wollte eigentlich schreiben. Egal. Aber komm. Du 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 du. Nee. Wie es hier finster ist. Okay. Jetzt muss ich wieder machen. Plötzen. Sorry. Das finde ich lustig. Die di 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 di. Die di 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 di. Die di. Oh, da ist ne fette Schlange. Buckt was. Weil wir können, wir können, wer auch immer da hinten ist, nicht im Stich lassen. Wir müssen hier ein bisschen mitnischen. Wo sind die Gegner? Wo renne ich hin? Wo sind die Gegner? Irgendwo. Alle tot? Nein, die Küken. Ach, da ist die Schlange. Und ich habe daneben kreutzt. Söde, die Schlange! So. Da liegt einer. Ups, was war das? Ach, ich habe einen Küken. Ich habe sogar vier, Alter. Weil ich so heftig bin. Endlich! Kann ich mitzwickern. Ui, nicht gut. Oh. Lernen. Lernen. Oh, ich habe irgendwas, irgendwas voll. Vielleicht den nackten Mann. Vielleicht habe ich den nackten Mann gelernt. Magic Mike. Scheiße, ich bin zu langsam und die Fetten hinterm. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Mal gucken, ob hier unten der ist. Servus. Da ist jetzt wichtig. Ich glaube, ich bin im Arsch. Boah, Mann, da darf ich ihm nichts geben. Da wäre ich ein brutales, brutaler Gerd in mir. Ich bin sehr auf die Leite. Mit meiner Ulti-Machete. Man muss, man muss bei euch echt schnell looten. Wer ist das hier? Ah, ich kann nicht wegdrücken. Jetzt hängt es. Ich spiele ruiniert fast. Noch wo? Oh, mein Gott. Open. Camping. Rück hin. Ey, wenn ich jetzt nicht Gas gebe und überall reinschaue schnell, dann habe ich nichts mehr zum Looten. Das darf aber auch nicht sein. Ich habe hier ein Geheimnis entdeckt. Komm, folgt es mir. Oh, daneben gerade. Ich habe keine Ausdauer. Nö. Nein, bei der haue ich daneben. Das gibt es ja nichts. Ich habe hier einen Stalker. Gleich drei. Hier fünf Stalkers. So. Mir geht es gut. Mir geht es dir. Super. Ich will nur ein bisschen überdrehen. Tut mir leid. Hallo? Wow. Da war der Gas geben. Jump. So, wie hoch ich springern kann. Oh. Kann man... Kann ich euch verletzen? Neger, er hat nichts abgezogen. Ui, yes. Eine Falle. Hier. Ich gehe vor. Ich töte sie alle. Äh, ich glaube, ich renne an denen vorbei. Wo sind die? Oben? Unten? Ich schaue hoch. Die kommen runter. Ich bin oben sicher. Oh, ich bin runtergefallen. Alles gut. Nichts passiert. Ich habe Hunger. So, kann ich nicht jumpen. Aber ich kann. Also, aber ich kann das da weg machen. Oh, ich fahre gleich runter hier. Ah. Oh, der Glas. Oh, mehr Bilder. Mehr Bilder. Ich treib's nicht. Die Partys-Video. Oh, ja, endlich Bücherregal. Oh, das kann ich fragen. Wann heißt denn man somit noch eins irgendwo? Nö. Kein Geheimnis. Ah. Oh. Da ist was dahinter, oder? Ne, gar nicht. Aber hier. Na ja, auch nicht. Nein, hier vielleicht. Oh, nee. Warte mal, vielleicht geheime Seiten hier. Hier geht's zum Endloot. What the fuck? Warte mal, gelb, gelb, gelb. Du bist der gelbe Ding. Mal gucken, wo ist gelb. Jetzt zum Endloot. Hier oben. Ah, okay. Ich hole mit dem Endloot. Ich hab' ihn verdient. Das ist ziemlich durch hier. Ich bin hinter ihnen. Plötzlich. Er sagt, ich hab' ihn mir nicht verdient. Ihr, ihr seid zu nett zu mir hier irgendwie. Das war nass. Hab' ihn nicht verdient. Äh, macht keinen Stress jetzt. Oh, Riesengal. Geil, Alter. Ich muss nix machen. Level up. Sofort. Das ist einfach... Das ist kacke, wenn du irgendwas siehst. Ich bin nicht mal ein Admin hier. Echt schlimm. Bin selber gemietet und bin Null Admin. Fühlt mich hier hoch. Äh, ich nehm' nur die Munition. Da ist noch was drin. Ich brauche nicht alles. Oh, das will ich haben. In den Red, brauche ich. Ich nehm' nicht alles mit. Ich bin nicht geizig. Ich will nur ein bisschen Munition haben, weil das ist bei mir noch ein bisschen angehabt. Obwohl, diese Schotty würde ich auch feiern. Ein bisschen Schuss, ein bisschen Munition hätte ich ja. Ja. Oh, das will ich haben. Unbedingt. Die Kettensäge juckt mich nicht. Die habe ich schon. Gut. Geilo. Also, das habe ich verraucht. Das Küken sowieso. Ah, ich habe auch eins. Nicht cooles. Ach, hätte man mir auch fertig. Wie soll ich sagen? Oh, die Schotty. So, was jetzt? Ui. Nein. Will ich reinjumpen. Ha! Ich habe es geschafft, weil ich gut bin. Oh, mein Gott. Heftige Knarre irgendwie. Die hat so ein Skin noch, ne? Das Drachending. Das liegt heftig. Was ist so? Keine Ahnung. Ich zeig dir was. Ja. Ich bin Psycho. Was jetzt? Was geht denn jetzt ab? Gehen wir uns runter Mission machen, oder? Wie alle Küken essen. Hallen. Gott, warum bin ich immer ich derjenige, der sich hallen muss? Aber die sind so lecker. Sollte nicht essen. War mir klar, ich sollte nicht essen. Ich wollte es halt jetzt tun. Oh, Gott. Ich bin halt ein Psycho. Was soll ich machen? Oh, komm. Ich komme da runter. Easy, easy, easy. Überhaupt kein Problem hier. Zack. Siehst du, mir geht super. So. Jetzt muss ich mal kurz was essen. Die Küken machen nicht so lecker. Dann noch was trinken. Und noch eins. Ich glaube, das reicht, oder? Und noch was trinken müsste ich. Na, geht schon wieder. Also gut, ich denke, ich wäre bereit. Die Waffe kann ich nicht reparieren. Das ist ein bisschen blöd. Ich bin ready. Ich bin ready. Los. Attacke. So, gut von oben. Ich weiß nicht, ich müsste looten. Ich bin, ich bin kein guter. Ich bin wieder hoch. Hey. Warum reingucken? Oh, der mit. Träfte einfach nicht. Bücher, 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 Bücher. Bücher, 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 Bücher. Ich will lernen. Oh, das will ich noch machen. Unbedingt. Ich nehme das mit. Noch irgendwo Bücher? Ja, hier oben. Keine Ahnung. Noch irgendwo Bücher? Ich habe locker irgendwas übersehen hier. Da war schon wer. Hier war schon wer. Langsam. Langsam. Immer schon runter. Von der Büchse ist geladen, wenn es vorbeinkommt. Jetzt hat es mal. Wer hat was gesagt? Oh, scheiße, ich habe daneben geschossen. Ich habe ein bisschen blau. Achso, hoppala. Entschuldigung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich lese, dass es leer ist und ich schaue aber trotzdem ran. Ich bin schon wieder durstig. Ich bin immer durstig. Ich muss das ein bisschen leveln, damit ich nicht so schnell Durst kriege oder so. Äh, du cheatest ja. Gib es doch zu. Voll cheating hier. Ob es jetzt ist so gut. Ich gehe eigentlich nicht voraus. Das ist nicht dumm. Ich warte hier. Warum? Wie geht der Typ weitergehen? Tasche nicht vergessen. Oh. Letztes habe ich es vergessen. Ich weiß. Ich muss gucken, wo ist sie? Das ist eh irgendwo die Höhe. Tasche, wo könnten die Bahnen? Na, schade. Oh, der ist grün! War die Tasche schon irgendwo? Nee, glaube ich nicht, oder? Hier oben irgendwo. Geht's nicht hoch? Oh, oh! Kniekt gut! Ah, nein! Oh! Gott, was mache ich denn? Alles gut. Ich krieg das wieder hin. Ich fiel hier raus. Oh! Das war nicht meine Tasche. Ich ging gleich wieder da. Was passiert nur mir? Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, ich habe... Ist das jetzt für mich auch da? Dankeschön. Das ist aber nett, aber gar nicht. Hahaha! Oh, Gott! Oh, nein! Das geht nicht. Hahaha! Oh, Gott! Wie der größe Held hier ist. Unglaublich! Hahaha! Hahaha! Also, ich bin wieder der Einzige, der das lustig findet, oder? Hahaha! 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 Also, ich bin wieder der Einzige, der das lustig findet, oder? Oh, ich habe es geschafft! Oh, Gott! Oh, Gott! Das ist... Ne! Ich stelle mich viel zu oft zu dumm an. Das ist unglaublich. Ich bin nicht konzentriert genug. So! Yay! Komm doch mal rüber, Mann! Setzt nicht zu mir! Hahaha! Man muss dem Zuschauer etwas bieten, ne? Das ist mein dummer... ...heftiger Typ hier! So! Ähm... Aber nicht die ganzen roten Dinger. Die irritiert mich ein bisschen. Oh, warte! Der atmet sogar grünen Rauch aus. Kann das sein? Ja, du bist ultra heftig! Boah! Treffen wär's gewesen! Oh! Treff ich überhaupt? Ach, so geht der dir! Oh, ich habe die mit den Hintern noch so ein bisschen herumdingseln. Die will uns da anlocken. Ich weiß nicht. So, wo ist die Tasche jetzt? Ach! 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 Wie schon alles! Wie ist denn die Tasche jetzt? Hier noch... Oh! Das ist ein gutes Bild! Das ist ein geiler Film! Ich werde mal das... Ich werde mal das... Ich werde mal das screenshotten. Das kriege ich aber jetzt nicht hin irgendwie. Ich weiß nicht. Steam funktioniert so nicht richtig jetzt. Ich werde das versuchen auch zu zeichnen. Oh geil! Das kann ich alles noch nicht. Hm. Meine Tasche ist unten. Ich habe die unten irgendwo vergessen. T-t-t-t damit. Na gut, warte mal. Lass uns noch mal kurz... Ja, ist das... Alter, ich habe gedacht... Ja, das ist mir da oben viel zu viel. Ganz ehrlich. Das ist mir alles hier zu viel. Wieso ist sie nicht beim Endloop die Tasche? Also da stehe ich nicht. So. Wo sich die Tasche... Oh Gott! Ich habe die... Hey, come on! Ich komme da nicht hoch. Warte kurz. So wie ich mich kenne, rausche ich da wieder runter. Ach. Ich bin da voll auf der falschen Seite. So. Lass mal gucken hier. Okay. Nein, ich will das Essen nicht. Oh, schade. Nur das Essen. Okay, warte mal. Gut. Eigentlich brauche ich immer trinken. Und so haben wir auch keine. Ja, komm. Das ist gut sein. Ich würde mir hier noch ein bisschen Munition gönnen, wenn es in Ordnung ist für euch. Gehe nicht alles. Gehe nicht alles. Ich bin... Äh... Nicht so ein Typ. Teilen. Weißt du? Jetzt muss ich aber nochmal runter. Ich habe nämlich meine Tasche vergessen. Die muss ich mir jetzt wiederholen. Also wiederholen. Die muss ich jetzt holen. So. Kann ich hier runter jumpen, ohne zu sterben? Ich denke... Keine gute Idee. So. Ich muss meine Tasche suchen gehen. Als einzigster vielleicht. Äh, 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 fang mich auf. Danke. U-Lahm von dir. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Wo ist die Tasche? Tasche, 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 Tasche. Hier. Das ist die Höhe. Hier irgendwo. Da. Hab sie. Hä? Oh, was? Hier sowas. So. Ich hab sie. Alles gut. Und wieder hochkommen hier. War das hier? Nee. Moment mal. Kann so um. Obwohl. Ich bin auch wieder so rase, oder? Wir sind durch. Kann man den großen Heli-Büchungs-Rezepten? Oh ja. Kann ich dann machen. Suchen. Wo geht's denn aus jetzt da? Helfen Sie mir. Oh. 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 Bin etwas desorientiert. Bin zweimal durch dasselbe Loch gewallen. Üpp. Ah, hier war der Ausgang. Warte. Ich komm nicht. Guck. Ähm. Aber ähm. Mach eigentlich hin? Da wird's mir doch anzeigen. Hier ist der Ausgang. Hier sieht man rein. Hier komm ich raus. Gut. Ich schau mal in den großen Heli ran. Wegen Rezeptomaticus. Öhm. Konnte ich nicht. Wird bereits verwendet. Hier ran weg. Darf ich da jetzt einfach so zugreifen? Was ist denn das hier? Ähm. Da sind Bücher hier. Oh dort. Kann ich da einfach so zugreifen? Jetzt halt. Liegen Sie nicht weg. Ich wollte gucken. Okay. Schau. Moment mal. Warum ist meine Tür offen? Ich kann kurz mal nicht mit den Silentlern gehen. Warten Sie kurz. Sie dürfen mich gerne begleiten. Oh nicht hinschauen. Oh nicht hinschauen. Oh nicht hinschauen. So. Ich bin gleich wieder bei euch. Vielleicht gibt es ja noch eine Mietchen. So. Achso. was ich an Dinger nicht brauche. Verkauf mir. Ja. Ich kann gern was reinkoppen. Oh ne. Was ist mit dem Ding hier passiert? Nicht dass der Schaden nimmt. Warte mal. Warte mal. Ich nehme den kurz in die Hand. Weil ich muss den dann eh glaube ich. Da war ja irgendwas. Discord ist eine Challenge oder so. Ich soll versuchen das Ding zu steuern. Ich habe es jetzt mal kurz eingesteckt. Weil es ist im Boden herumgeglitscht. Ich werde das dann versuchen. Ich kann euch gerne mal ein paar Rezepte da reinhauen zu verkaufen. Achso. Ihr seid. Oh. Ihr seid aber heftig deftig voll. Aber. Sicher. Ne. Das nicht. Nix. Gar nichts. Es deckt sich nicht. Was sind jetzt Faser eigentlich? Ich muss was essen. So. Dieses. Dieses. Dieses Ding darf ich nicht behalten. Okay. Ich habe es jetzt nur einpackt. Weil es so komisch in den Boden reingeklitscht ist. Und ich denke dass es vielleicht kaputt wird. Ich muss nämlich. Ich darf es nicht behalten. Ich muss nämlich versuchen. Ich glaube so habe ich es richtig verstanden. Ich muss versuchen. Äh. Oh ja. Ich muss versuchen in 10 Minuten es zu schaffen. Es zu fliegen. Es fliegen zu können. Was immer. Aber ich tue es wieder hoch. Ich tue es wieder hoch. Warte kurz. Ich bin ein bisschen. Oh Gott. Was ist los jetzt? Ich bin hier am sterben. ähnlicher Typ. Äh. Ich bin bereit. Ich bin bereit für die Mädchen. Aber die machen wir in der nächsten Folge. Oder hätte ich gesagt. Wir sind schon viel zu lange unterwegs. Fliegen wir los. Oder nicht? Ja. YouTube in der nächsten Folge machen wir noch ein paar Quests. Und. Ich muss versuchen das Ding zu fliegen. Mich würde es echt interessieren wie sich das fliegt. Ähm. Ja. Macht es gut. Haut rein. Und wir brauchen es dann. Tschüssi.